Das Konfigurieren von Heizungsanlagen geht jetzt deutlich schneller mit der Thermobox. Die Thermobox ist ein Software-Tool, mit dem Fachhandwerker und Energieversorger die Situation vor Ort schnell und einfach per Laptop, Tablet oder Smartphone erfassen und dem Kunden noch im Heizungskeller ein tagesaktuelles Angebot überreichen, inklusive unterschiedlicher Technologien und zu individuellen Konditionen. Als Kauf- oder als Contracting-Angebot zu fairen monatlichen Raten. Kostenrecherche und aufwendige Angebotserstellung gehören der Vergangenheit an. Denn selbst Gebäudeinformationen, KfW-Anträge und Wartung von Bestandsanlagen sind in der Thermobox enthalten. Dadurch spart sie allen Beteiligten viel Zeit und standardisiert die Angebotserstellung. Kunden erhalten passgenaue Angebote, ganz ohne Wartezeit, einfach per E-Mail. Und sie machen ihre Mitarbeiter zu Vertriebsprofis. Und auch die Thermobox unterstützt sie beim Vertrieb. Ein Callcenter vermittelt Fachhandwerkern und Energieversorgern Interessenten, die sich über das Internet für eine neue Heizungsanlage interessieren. Das sorgt für neue Kunden und mehr Umsatz. Gemeinsam in der Region. Gemeinsam für die Region. Werden auch Sie ein Wärmegewinner. www.thermobox.de 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 www.thermobox.de